Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Ich stehe mal wieder im Garten. Schön scheint die Sonne. Gestern hat es ja zwischendurch noch geregnet. War ja voll blöd. Habt ihr unser Video von gestern gesehen? Ich kann nur sagen, dieses Hähnchen, diese Kruste oben drauf, das war so obergeil. Deshalb machen wir heute weiter. Meine Dampfmaschine steht hier schon wieder. Unser kleines Spielzeug, was uns viel Spaß bringt. Den werde ich gleich anheizen. Und dann gibt es heute Spare Ribs. Spare Ribs vom Feinsten. Es kommt erst mal unser Jingle und dann geht's ab. Wir haben uns zwei schöne Stücke Spare Ribs organisiert heute. Ich habe mir dazu dieses Mal aber eine Gewürzmischung bestellt. Da mache ich euch wieder unten den Link rein. Könnt ihr euch die ansehen. Da gibt es ganz viele Sorten von. Das ist von Ankerkraut. Ich finde das einfach am besten. Und das macht halt auch etwas einfacher. Man muss nicht tausend Gewürze da haben, die man sonst eventuell gar nicht benutzt. Ich habe hier meine Spare Ribs schon liegen. Ich werde die jetzt hier schön mit meinem Rib beschichten. Erst von der einen Seite. Schön gleichmäßig. Aber es muss halt auch ein bisschen was drauf. Wir wollen ja, dass das auch noch was schmeckt. Dann lassen wir das Ganze hier zehn Minuten anziehen. Und dann geht das, machen wir das Ganze auf der anderen Seite. Während das jetzt hier am Anziehen ist, kann ich ja kurz erzählen, wie wir das machen wollen. Also die Spare Ribs werden jetzt mit diesem Wrap schön gestreut und beschichtet. Dann muss ich meinen Ofen anheizen. Dann kommen die für drei Stunden schön in Rauch bei 110 Grad. Dann kommen sie raus. Dann werden die schön auf eine Metallschale gelegt. Da tun wir unten naturtrüben Apfelsaft drauf. Dann wird das dreimal in Alufolie eingeschlagen. Kommt noch mal zwei Stunden wieder rein. Und dann kommen sie wieder raus. Dann kommt schön eine Barbecue-Soße oben drauf wie Lack. Und dann kommt es noch mal für eine Stunde rein. Dann zieht diese Barbecue-Soße da richtig schön rein und gibt dem Ganzen so eine wunderbare Schicht, dass es richtig lecker schmeckt. Das ganze System nennt sich dann 3-2-1-System. Findet ihr überall im Netz. Halt jetzt auch bei uns. Und jetzt geht es weiter. So, jetzt das Ganze noch mal schön von oben, dass das auch schön hält. Wir haben jetzt 10 Minuten gewartet, damit das schön anzieht. Hier auch schön die Kante. Richtig geil. Da hinten kann man die Möbel schon wieder rühren. Die möchte natürlich gerne auch hierher. und möchte das gerne klauen. Das kann sie gerne versuchen. Ich kann euch sagen, dann kommt die bei mir aber auf den Grill. Die schmeckt. Wenn ich mit der fertig bin, schmeckt auch die. So, überall. Jetzt muss ich Feuer machen. Auf geht's. Ihr könnt sehen, mein Smoker ist schon wieder am Qualm. Ich habe das hier schon mal soweit fertig gemacht. Ich werde die jetzt nehmen und werde die in meinen Smoker legen. Da haben wir jetzt 120 Grad drin. So, da bleiben die jetzt drin für drei Stunden. Bis gleich. Ich habe meine Spare Ribs jetzt nach zweieinhalb Stunden hier aus meinem Smoker genommen. Habe die jetzt hier auf seine Metallplatte gelegt. Die habe ich von unten schon verschlossen mit Alufolie. Alufolie liegt jetzt auch schon unten drunter. Jetzt tue ich da ein bisschen Apfelsaft dazu. Der bleibt jetzt da gleich drin und wird verdunsten und dafür sorgen, dass unser Fleisch noch super zart wird. Ich verschließe das jetzt hier mit zwei bis drei Lagen Alufolie und dann geht das für mich in den Smoker zurück. So, jetzt sind einfach gute zwei Stunden vorüber und wir wollen mal gucken, was das jetzt so gebracht hat und wie gut das jetzt aussieht. Ich muss jetzt nur mal zaubern, dass ich das hier rauskriege. So, dann machen wir das Ganze mal auf. Autsch, ich glaube es war heiß. Ah, lecker! Gut, dass ich meine Finger abgeleckt habe und gut, dass das heiß ist. Und wie heiß das ist? Das sieht ja richtig gut aus. Uiuiui! Jetzt kommt hier schön Barbecue-Sauce drüber. Wenn sie dann hier raus will. Ja, sie will. Damit streichen wir das jetzt richtig schön satt ein. Das ist so eine Pfeffer-Barbecue-Sauce. Die ist super lecker. Wir mögen die ganz gerne. Damit lackieren wir das Ganze jetzt. Und dann tue ich das gleich auf diesem Tablett in eins wieder in meinen Smoker für ungefähr eine Stunde. Sieht doch genial aus, oder? Wenn ich hier so am Machen bin, könnt ihr uns ja schon mal einen Daumen nach oben geben, wenn euch dieses Video gefällt. Wenn es nicht gefällt, gebt uns einen Daumen nach unten. Ist auch okay. Ja, wir haben ja alle unsere Meinungen zu Videos. Habt ihr irgendwelche Vorschläge? Zum Beispiel, dass sie Karten spielen sollen oder so? Macht das ruhig. Kein Problem. Keine Frechheiten bitte. Das finde ich nämlich auch nicht nett. Ähm, ja, falls du uns noch nicht abonniert hast, dann abonniere doch einfach mal unseren Kanal. Und dann tue ich jetzt mal meine Spare-Ribs wieder in den Smoker. So, jetzt wieder im Smoker. Jetzt ist es wieder im Smoker. Ich tue das jetzt ein bisschen weiter nach vorne und hier hinten kommen gleich für uns unsere Kartoffeln. Weil wir wollen noch schön Baked Potatoes dazu haben. Schön mit einer genialen Sour-Cream. Wir sehen uns wieder in einer Stunde. So, die letzte Stunde ist auch vergangen. Wir haben ja schon mega Hunger. Wir freuen uns jetzt auf unsere Spare-Ribs. Ich werde jetzt hier mal einen Streifen von unseren Spare-Ribs rausnehmen und dann werden wir die gleich mal da auf der Fläche anschneiden. Das sieht richtig, richtig heftig aus. Ich schneide die mal an. Ich bin natürlich wieder voll auf den Knochen drauf. Aber im Grunde kann ich es auch einfach so aufbrechen. Das sieht doch richtig geil aus. Richtig schön saftig. Richtig tolle Kruste oben drauf. Das werden wir uns jetzt gleich gönnen. Ich habe richtig Hunger und ich habe jetzt auch richtig Bock darauf, das zu essen. Deshalb gibt es heute einen ganz kurzen Abspann. Eigentlich müsste ich jetzt sagen Tschüss, Ende. Aber das tue ich natürlich nicht. Sollte euch unser Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen. Seid ihr noch nicht Abonnenten von uns, abonniert uns gerne. Was gibt es noch zu sagen? Das nächste Mal gibt es wieder Low Carb, wie immer, oder wie die letzte Zeit. Und es sagen Tschüss. Und Frank vom Foodbloghamburg.de Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, der Foodbloghamburg kocht etwas. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.